Egal, ich will mich hier nicht aufhalten. Einfach jeder mit jedem kämpft und ich komme dann einmal. So, was ist hier? Damit wieder alle herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ist das uns gut, weil alle auf die PC vor 127, ein bisschen länger her, neues Bündnis. Ich weiß nicht, es kam ja wieder ein Update, glaube ich. Nicht, dass die jetzt hier schon wieder DLC-Geschichten reingebracht haben, die ich nicht spielen möchte. Ich will jetzt erstmal das, beziehungsweise ich möchte das Hauptspiel durchkriegen und dann ist gut. Gut, kommen wir hier raus. Ja, genau. Wir hatten ja, ähm, es hingekriegt. Mit unserer Stimme haben wir den Sohn vom, äh, alten Aldermann gemacht. Und daraufhin hat sich der Jute Bischof als, äh, Mitglied des Ordens rausgestellt. Wenn das mal letzter Stand war, ist das hoffentlich der richtige. Und den müssen wir jetzt natürlich, ähm, schnappen, würde ich mal sagen. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit dem, äh, mit dem Sohn. Wie heißt der denn nochmal? Hundbeort, Hund, Hundbeort war doch der Vater. Hand, Hand, ja, Herr, Herrmann. Ähm, ne, scheiße. Ich werde es ja gleich, ich werde es ja gleich rausfinden. Das wäre so ein beschissener Schildträger, der irgendwie was gegen mich hat, obwohl ich doch hier eigentlich... Ich bin jetzt hier willkommen, das kann natürlich sein. Wird zumindest nicht, nicht mehr irgendwas angezeigt. Hast du was gegen mich? Naja. Betrunken, anlocken, sicherlich nicht. Schnellreiseziel verfügbar, die 80 Meter schaffe ich wohl noch zu Fuß. So. Aha. Ach, wollen die jetzt direkt einen Angriff planen? Hundwald. Am helllichten Tag. Dieser Mann muss von Hass völlig eingenommen sein. Aha, ja. Was gibt es Neues? Wir wissen jetzt, dass Heerefried nach dem Massaker zur Feste von Annekester geritten ist. Ich habe dort eine Fürth versammelt. Eine ziemlich große. Sie wartet auf deine Befehle, Eivor. Du meinst deine Befehle, Aldermann. Ah, ja, genau. Meine Befehle. Die lauten, äh, die lauten nämlich wie nochmal genau? Wer weiß das schon. Reiten wir zusammen zum Lager und finden es heraus. Genau. Da war ich auf dem richtigen Stand. Äh, Freunde? Wie wäre es, wenn ihr... Kein Pferd für mich. Belastend. Das lässt sich regeln. Das wird wellende Empörung durch die Gemeinden von Mercia schlagen. Erefried ist eine große neue Schande für die Kirche. Euer Christus war ein interessanter Mann, wenn auch etwas weich. Komisch ist, dass ich kaum einen Christen wie ihn treffe. Heute war ein wichtiger Tag, Eivor. Trotz allen Leidens weiß ich jetzt, dass meines Vaters Geist noch in mir brennt. Und das verdanke ich dir. Wenn man einst den Tag besingt, an dem Linkölnisch hier gerettet war, wird dein Name in jeder Zeile erklingen. Nicht so vorschnell, Hunwald. Die letzte Strophe dieses Liedes fehlt noch. Es lockt das Getöse der Schlacht. Ihr Heiden und eure Kampfeslust. Ich teile diese sicher nicht. Ich sorge mich, welches Teufelszeug der Bischof noch bereit hält. Ach, dieser Demlack von einem Bischof wird um Gnade flehen. Mit Eivor an unserer Seite. Wie hat Acha all dies verkraftet? Sie und Herefried waren sich sehr nah. Die Arme muss sich fühlen, als hätte der Teufel selbst ihr Kloster angegriffen. Ich sprach sie kurz. Sie war sehr niedergeschlagen. Aber sie schien sich wieder aufraffen zu können. Hintergangen von einem Mann, der Gottes Stellvertreter sein sollte. Ich hoffe, das geht alles gut und wir verlieren jetzt hier keinen. Sollte doch bitte funktionieren. Hier ist das Lager, siehst du. Hier sind die Männer von Lincolnisch hier. Vergesst das nicht. Meine Ahnen kämpften mit den alten Königen von Lindesee. Ihnen zu Ehren kämpfen wir heute. Das kann ich machen. Ich kann mit dem sprechen. Wir sprechen natürlich erstmal mit allen anderen. Naja, dann wollen wir auch gar nicht länger hier. Wir müssen Pfeile auffrischen. So, du bist der Hauptmann. Unser Kriegsschmied ist da. Die Vierte ist bereit für die Schlacht. Ava, was sagst du? Können wir mit den hier versammelten Männern diese Schlacht gewinnen? Wenn sie so mutig kämpfen, als wären sie doppelt so viele? Vielleicht. Und? Gäbe es in Ballhall auch Platz für einen stürmischen Schwan? Ganz sicher. Lass dein glorreiches Banner wehen. Also, ich bin bereit. Ich weiß nicht, was... Machen wir es einfach. Wir reichen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Inneren dran. Okay. Das sollten wir aber hinkriegen. Anerkäster. Ne, Anerkäster. Uff, sieht mächtig aus, die Burg. Aber legen wir mal los. Okay, es wird nichts. Wo ist der Rambock? Da. Los jetzt! So, Freunde. Jetzt wird das Tor hier mal aufgerammelt. Nicht draufgehen, bitte. Jetzt schießt er so... Jetzt schon. Komm, komm, komm. Ich weiß, es ist schwer, aber ihr habt doch Muskeln. Ja, genau. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann gehen meine Leute drauf. Und das brauche ich natürlich jetzt nicht. Die kommen doch von hier. Okay. Boah, das nervt ja richtig, Alter. Hä? Was ist das denn? Ja, komm So, Freunde Ach, du bist schon auf meiner Seite Jetzt geht's los Oh, jawoll Boom Ich wollte ihn zwar nicht, aber egal Ja, er macht einen roten, Alter, obwohl ich schon angegriffen hatte, oder wie Ja, weiß ich Boah, der ist so geschlacht, Alter Egal, ich will mich hier nicht Aufhalten Einfach jeder mit jedem kämpft Und ich komme dann einmal Boom So, was ist hier Was für eine roten Was für roten Was sind denn roten, Alter So, ihr verpasst euch jetzt erstmal So Die Dinger Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ah, tschau. So, jetzt geht's los. Zack. Das ist schon schmerzhaft, Alter. So, das kann ich aber, ich kann's halt sabotieren. Das ist ja wunderbar. So. Top, top, top. Du, verpiss dich mal. So. Wie mach ich das jetzt hier? Was willst du hier? Komm. Okay, da auf dem Turm ist einer. Das wär natürlich easy. Ah ja, komm. Das ist mir hier ein bisschen viel. Weil hier jemand am Boden liegt, äh, den ich nicht gerne ist wieder da, ne? Oh, shit. Na, hab da nicht hin noch? Ja, den kriegst du hin. Wenn immer mehr kommen, dann kriegen sie auch mehr saures. So, das da wär doch interessant. Dich will ich haben. Genau. Ja, funktioniert. Ich würde mir das vorstellen. Jawoll. So, Freunde. Was? Das klappt nicht. Natürlich klappt das. Macht nur nicht so viel Damage. Ja, bist du meine Dingsrennen rennt. Ja. Egal. Ich verpasse den Spaß, Mensch. Oh, noch mal ein paar Pfifferlinge hier, Mensch. Zack, zack, zack. Hier war noch einer zu plündern. Und jetzt rein. Okay. So, hopp. Wir sind einfach jetzt mittlerweile schon ganz gut drauf. Wir werden zerfleischen. Einfach mal nicht nerven, wa? Einfach mal nicht nerven. Lass mal ausweichen, wie der willst. So. Naja. Was ist hier? Schließe, schieße auf die Bindeglieder. Na gut, dann muss ich natürlich jetzt mal ein bisschen nach oben her. Guten Morgen. Ja, toll. Geh halt auf den Toten rauf. So. Huch. Mal getrost aus dem Weg verziehen, Alter. Alter. So. Hopp. Oh, zack. Tja, gebt eure schöne Brücke den Geister auf, meine Freunde. Ihr habt euch leider mit den falschen einlegt. So. Jetzt geht's los. Boah. Heerefried ist durchaus... Du, sag mir, wo der Bischof ist. Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich der erende Feigling. Lasst niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Hm. Ich lass mal in Ruhe, äh. Chat. Das war einer von uns. Hm. Zu schwach. Ach. So, ich geh rein. Fuck. Ja, klar. Oh, das ist ja erledigt. Nice. Ja, Moment. Moment. So, wir können eigentlich gleich schon mal hochgehen, weil zur Tür, wenn wir nicht reinkommen, da werde ich irgendwo anders einsteigen müssen. Das sehe ich doch jetzt schon. Das sehe ich doch schon. Der ist natürlich nicht da. Da, wo man ihn dann braucht, da kann man ihn nicht nutzen. Das verstehe ich nur nicht so nix. Was das soll? Ich komme hier nirgendwo rein. Das ist gerade mein zweites Problem. Ein Fenster, das sehe ich gerne. Nicht offen, schade. Boah. Let's see, ob wir could find an entrance. Okay. Okay. Ich glaube, das ist eine falsche Textur oder so. Kann ich hier was kaputt machen? Na? Das wird nicht klappen. Ich muss auf die andere Seite. Ja, toll. Na toll, das ist ein Gitter noch. Äh? Äh? Oh Gott. Wollen wir das jetzt hier laufen? Freunde. Wir kommen auf diese Seite irgendwo rein. Ah, hier. Ah, Moment mal. Binde den Bischof und töte ihn. Was ist das? Oh, ist das Eierherrnst. Das soll der Kampf sein? Das war doch kein Kampf. Das war... Das war... Das war doch weckrig, Alter. Ah, jetzt sind wir die ganze... Special. Ja, zu spät, Freunde. Ich hab euren Mann schon erledigt, Mensch. Ich muss ihn grad noch bestätigen. Wenn das mein geringstes Problem ist... Pff. Alter, wer hat da so eine richtige Babystimme, Alter? Ah, ja. Alles klar. So, Freunde. Ich, äh... Die Gewänder, die ihr tragt, sind nichts als Kostüme. Einen Köder, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Denkt nicht an eure Seele oder eure Errettung. Ihr habt die Wahrheit. Die Schatten haben sich verzogen. Nun erblickt ihr das Licht der Welt. Erfreut euch daran und tötet alle, die sich euch in den Weg stellen. Das Instrument. Okay. Das Instrument ist damit Geschichte. Okay. Bischof Heerefried, Ordensmitglied, ausgeschaltet. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Heerefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid. Wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Angriff abgeschlossen. Anne Kessa. Eine beim Hirtenstab gefunden. Achso. Ist das Instrument noch was anderes? Und er war der Hirtenstab, glaube ich. War das so rum? Das war vom Instrument. Da muss ich nochmal eben ganz kurz im Orden gucken. Wer war er? Dieser hier war das. Ikmund. Wächter des Reimstums. Er war der Hirtenstab. Okay. Und das Instrument war irgendwo hier. Der Vater. Erdeckter Magister. Ist das einer von hier? Kippe. Hafleik. Kennen wir sogar schon. Der Amboss. Das Pergament. Der Zunder. Die Nadel. Die Kammer. Wo ist denn das Instrument? Leier. Unentdeckter Magister. Bordens Mitglied. Sichel. Hä? Haben wir das Instrument schon besiegt? Keine Ahnung. Ikmund. Der Erl. Der Kompass. Der Pfeil. Der Blutegel. Werdings. Köcher. Axt. Keine Ahnung, wer das Instrument ist. Ach. Vulke war das. Natürlich der letzte. Ja gut. Aber wir haben das Instrument ja auch schon besiegt. Mit diesem Ding würde ich dann auch mal sagen tatsächlich. Das war es von dieser Folge. Nächste Folge geht es dann hier weiter. Danke für die Zuschauer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020